So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Infofolge Pokémon GO. Wir haben gerade noch 7 vs. Wild geguckt, zwei Folgen wieder am Stück am Donnerstag. War wieder sehr interessant mit euch zusammen, macht das natürlich immer Spaß zu schauen. Danke für jeden, der da dabei war, Grüße gehen raus und auch an die, die das jetzt gleich noch gucken werden hier. Auf euch wartet ein neues Jahr voller Abenteuer, feiert den Start in das Jahr 23 mit Pokémon GO. So, morgen fängt eigentlich also das Winter-Event Teil 2 an, an Heiligabend, ist ja dieser Hisui-Aktilias-Raid-Day. Und der Yendik kündigt jetzt schon das Neujahrsevent an für 23 mit Boni, Pokémon, allen hin und her, lustigen Kostüm. Das wollen wir uns kurz jetzt mal anschauen. Wir haben hier ein super Bild, 2023, wir sehen hier ein Hut-Hut mit Party-Hut. Was gut tut und man jetzt wohl auch entwickeln tut, ne? Wir sehen ein neues Pikachu mit Hut und wir sehen ein kleines Pichu, aber das ist nicht neu. Aber wie bei allen anderen kostümierten Pokémon, die ihr normalerweise so fangen könnt und die nicht entwickelbar sind, führt natürlich immer mehr ein, dass ihr nach und nach dann diese auch bei bestimmten anderen Events doch entwickeln könnt. Und ihr habt die Möglichkeit, also die alten, die ihr nicht hattet, wieder zu bekommen und könnt die, wenn ihr schon eins hattet, ein zweites holen und dann auch die Familie voll machen. Sieht sehr schön aus hier. Mit dieser Mütze, mit dieser Schleife hier drum und Hut-Hut als Shiny, was ja eh so gelblich ist, hat dann perfekt gepasst mit diesem Hut. Gut, Trainer, ein weiteres wunderbares Jahr voller Abenteuer neigt sich dem Ende zu. Starten wir also mit einem tollen Neujahrsevent im Pokémon Go ins kommende Jahr. Für diese Neujahrsparty tragen die Pokémon ihre farbenfrohsten Outfits. Außerdem warten ein neuer Avatar-Artikel, eine neue Pose und vieles mehr auf euch. Wir wünschen euch viel Spaß im Jahr 2023. Neue Pose? Ticket? Geld? Kostenlos? Pokémon Go Neujahrsevent 23. Von Samstag, den 31. Dezember, 20 Uhr, also am Silvesterabend, 20 Uhr, startet das Event. Da haben die Leute wahrscheinlich Zeit, Pokémon Go zu zocken. Bis Mittwoch, den 4. Januar, 20 Uhr, also nach der Raid-Stunde. Das heißt, es wird also auch eine Raid-Stunde geben mit dem neuen Pokémon, was dann reinkommt, was ja gar nicht neu ist, aber das sehen wir jetzt gleich. Pokémon Debüts. Neue kostümierte Pokémon erscheinen während des Events. Pikachu mit Partyzylinder. Schon wieder ein neues Pikachu mit Partyzylinder. Interessant, nimmt man natürlich mit. Natürlich auch Shiny. Ab dem Beginn dieses Events könnt ihr Hut-Hut mit Neujahrs-Outfit zu Noctu mit Neujahrs-Outfit entwickeln. Also wer noch keins hat, sucht euch eins. Wer mehrere hat, entwickelt einfach. Dann habt ihr hier auch ein weiteres tolles, kostümiertes Shiny in eurer Liste. Farbenfrohes Event. Wir gehen schon mal hier runter auf die Pose. Während dieses Events erleuchten festliche Feuerwerke den Himmel. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem farbenfrohen Fest. In letzter Zeit macht Neujahr ja viel Ingame, dass die Maps anders aussehen, bestimmte Grafiken anders dargestellt werden, Hintergründe, Beleuchtungen, leuchtende Pokémon und so weiter. Da freue ich mich jetzt schon auf ein farbenfrohes Fest, ja, ein leuchtenden Himmel, Feuerwerke. Konfetti haben wir ja schon oft gesehen. Neue Avatar-Artikel, neue Pose und Sticker. Der folgende Avatar-Artikel und die folgende Pose sind während des Events und danach im Shop erhältlich. Pikachu-Party-Hut, braucht kein Mensch, Partyknaller-Pose. Hast also hier so ein Becherle, ziehst dran, dann macht's brrrr und dann explodiert die ganze Welt richtig brutal. Ja, erst beschweren sich die Leute, was, da muss man ein Ticket kaufen für ein Event. Ja, aber da gibt's doch eine Pose. Boah, können die das nicht ohne Ticket machen? Hey, jetzt ohne Ticket ein Event? Und, also gibt's die Pose direkt im Shop zu kaufen. Wird wohl nicht kostenlos sein, würde mich wundern, aber, naja, werdet ihr euch die Pose holen? Ihr habt ja jetzt an Weihnachten vielleicht eine super Geschenk-Pose gehabt, werdet ihr schon wieder eure Pose wechseln zur Partyknaller-Pose? Ich bin mal gespannt. Viele lassen sicherlich da die Fetzen fliegen. Ihr könnt außerdem Event-Sticker von Pokestops und aus Geschenken halten oder im Shop erwerben. Ich achte da so gut wie nie drauf, es tut mir wirklich leid, aber ich bin kein Stickerer. Wilde Pokémon. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Pikachu mit Partyzylinder. Ist erstmal sehr schön. Gibt's also wild, müsst ihr auch nicht raiden. Das wird also für viele das Hauptaugenmerk sein. Hut-Hut mit Neujahrs-Outfit. Eben das, was ihr jetzt auch entwickeln könnt. Was vorher nicht entwickelbar war. Was es aber letztes Jahr schon gab. Aber einfach mega genial aussieht. Gerade als Shiny. Und Waumpel mit Partyhut. Da ist ja sowieso besonders, wenn ihr Waumpel habt und das auch entwickeln wollt. Und ihr das auch nicht... Was war das mit Waumpel? Ihr es nicht... Ja, auf jeden Fall Waumpel mit Partyhut braucht. Genau. Ganz viele. Und dann müsst ihr gucken, zu was, was, wie, wo, was wird. Obwohl, warte mal. Ist ja bei dem gar nicht. Mit Partyhut kannst du es ja gar nicht entwickeln. Glaube ich. Also da steht nix. Dürfte also einfach so sein, wie es ist. Jetzt mit Partyhut in der Wildnis. Warum habe ich dieses Gefühl, dass Waumpel die ganze Zeit mega begehrt war mit Partyhut. Und jetzt irgendwie entwertet wird. Wahrscheinlich, weil es so ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf Pikachu. Eier. Sieben Kilometer Eier. Also wenn ich mir die wilden Pokémon angucke. Das sind drei wilde Pokémon. Was ist das? Das ist nix. Sieben Kilometer Eier. Pichu. Mit Partyhut. Pi. Fluffluff. Togepi. Rabauts. Kusilla. Elekit. Magbi. Azuril. Iso. Ist jetzt nichts Neues dabei. Aber es sind mal wieder alle Babys drin. Komplett. Und Pichu trägt ein Kostüm. Also die sieben Kilometer Eier würden sich hier für Leute lohnen. Die vielleicht noch nicht so viele Babys als Shinies haben. Denn die Babys sind an sich trotzdem recht selten. Wären auch keine Baby-Shinies. Großartig hat. Sollte hier zuschlagen. Auch das Togebi drin ist. Man dafür immer gern Bonbons mitnimmt. Ein Togekiss für die Meisterliga auch richtig stark ist. Rabauts. Haben vielleicht auch noch nicht so viele Leute. Ist auch ein cooles Pokémon. Was es bis jetzt ja auch nur aus Eiern gab. Wo es auch immer nur aus Eiern geben wird. Also Rabauts. Ja. Kann man mal gucken, ob man da Glück hat. Oder wenn von den anderen was fehlt. Ich selber werde da keine Eier großartig brüten. Vor allem sieben Kilometer Eier ist für mich sehr schwer immer ranzukommen. Da du immer Platz brauchst. Ein Geschenk öffnen musst. Dann ist da gar nichts drin. Sieben Kilometer Eier sind meine Hass-Eier. Feldforschungsaufgaben. Es gibt Neujahrs-Feldforschungsaufgaben. Schließt die Forschungsaufgaben ab, um Sternenstaub zu erhalten. Raidkämpfe. Raidkämpfe Stufe 1. Bisasam Glumanda Shigi mit Partyhut. Wer die aus den vergangenen Jahren also noch nicht hat. Könnte hier über einer Raids nochmal die in Shiny bekommen. Muss man vielleicht jetzt nicht unbedingt. Ist nicht so wichtig. Also aber für Sammler vielleicht trotzdem begehrenswert. Pikachu mit Partyzylinder würde ich auf jeden Fall nicht raiden. An eurer Stelle gibt es ja wild. Hut-Hut mit Neujahrs-Hut würde ich auch nicht raiden. Gibt es ja wild. Also wer unbedingt Raids machen will, um vielleicht seine Champion-Medaille zu pushen, nehmt halt die Starter hier. Ich werde keine Raids machen von Stufe 1, weil brauche ich alles nicht. Und das, was ich brauche, gibt es wild. Raids Stufe 3. Radikal mit Partyhut. Nidorino mit Partyhut. Gengar mit Partyhut. Wohingenau mit Partyhut. Bei Wohingenau natürlich auch sehr cool männlich-weiblich. Der Unterschied auch mit dem Lippenstift. Sind alle Sachen, die schon mal da waren, die es schon gab. Auch öfters in Raids gab. Die, wenn euch davon was fehlt, ihr jetzt über Raids also versuchen könnt, eure Shiny-kostümierende Sammlung zu vervollständigen. Ich brauche wieder nichts. Ich habe die alle voll. Ansonsten tobt euch aus. Raidet, was das Zeug hält, wenn ihr da unbedingt noch was braucht. Raids der Stufe 5. Regiram. Shiny. Es kommt ja jetzt Kyurem rein. Was eigentlich ein cooles Pokémon ist. Vor allem, weil es eine neue Attacke kriegt, wodurch es wirklich mehr nützlich wird. Jetzt wird es schon wieder direkt abgelöst von Regiram. Das heißt, Kyurem ist gar nicht so lange drin. Ich hätte gerne Raids für Zuschauer mit Kyure mal angeboten. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. Ob wir das zwischendurch schaffen. Die Feiertage nehmen halt was weg. Weil man da trotzdem mit der Familie und so. Dann kommt Regiram rein. Regiram wäre sicherlich auch cool für Raids für Zuschauer. Ist ein cooles Pokémon. Ein sehr starker Feuerangreifer. Kann Shiny sein. Viele feiern das Pokémon. Ich brauche es leider nicht mehr. Aber euch könnte man damit sicherlich einen Gefallen tun. Mega Raids, Mega Stahlos ist jetzt auch schon mehrmals da gewesen. Ist vielleicht für die Leute jetzt nicht so interessant. Exklusive Attacke. Da kommen wir nämlich zum Knackpunkt. In Raidkämpfen, Gefangene Regigramm beherrschen die Attacke Kreuzflamme. Trainerkämpfe 90 Schaden. Arenakämpfe und Raidkämpfe 140 Schaden. Müsste also dann... Das hat glaube ich eine Attacke, die 100 oder 120 vielleicht hat. Hat dann hier 140 Schaden. Müsste besser sein als die aktuelle. Und damit einfach es noch nützlicher machen. Gerade als Feuerangreifer. Sammlerherausforderung. Eine neue Sammlerherausforderung. Wartet auf euch. Schließt die Sammlerherausforderung ab, um Sternenstaub zu erhalten. Und dann gibt es noch Event-Boni. Eier, die während des Events eingelegt werden. Schlüpfen doppelt so schnell. Und geviertelte Schlüpfdistanz für die ersten drei Eier, die während des Events mithilfe des Widgets für Pokémon Eier in Pokémon Go ausgebrütet werden. Das ist kompliziert. Dazu sage ich nichts. Habt ihr dieses Widget schon mal genutzt? Ihr könnt ja auf dem Handy verschiedene Widgets auf der Startseite aktivieren. Es gibt wohl also ein Pokémon Go Widget für Eier, was man sich da hinpacken kann. Und darüber man die Eier im Auge behält. Spieletrainer hat das glaube ich schon öfters mal gezeigt. Ich habe dazu noch nichts gemacht. Ich habe das noch nie genutzt. Wenn ihr das nutzt, könnt ihr es ja mal reinschreiben. Ansonsten ja. Also Event-Boni. Halbiere Brutdistanz. Ansonsten nichts. Und ansonsten eigentlich nur ein neues Pikachu. Hält sich also ein bisschen in Grenzen. Aber ihr könnt ja neue Sticker und euch die Pose kaufen. Und dann habt ihr auch wieder Spaß. Also wer in den vergangenen Jahren was verpasst hat, kann hier einiges nachholen. Neues gibt es jetzt nicht wirklich außer dieses Pikachu und das man Hut-Hut weiterentwickeln kann. Rijiram wird viele Leute freuen. Ich habe keine Ahnung, wie ich überhaupt was machen soll. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Forhaut. Euer Ramses. Schreibt rein, was sind eure Favoriten? Was sind eure Pläne? Wann habt ihr Zeit überhaupt zu zocken?